hallo und herzlich willkommen und ein frohes weihnachtsfest hier auf dem süddesmeraldischen fernsehen ich bin leicht erkältet muss ich dazu sagen es hindert mich aber auch ein bisschen daran aufzunehmen deswegen werdet ihr den rest der folge ohne mich hören sondern nur in game ich befinde mich gerade in marseille ich habe mir das launcher update geholt und bin ja auch sofort mit wintermatt und möglichen krams ausgestattet ich würde es gerne interessieren wie ihr weihnachten feiert was er so zu mittag oder zu abendbrot ist oder ob in die kirche geht oder nicht das könnt ihr gerne die kommentare schreiben da bin ich auch ganz offen ich wünsche euch viel spaß beim zuschauen ich bin jetzt raus und jetzt geht es mit der folge weiter und dann geht es mit dem und sie Untertitelung des ZDF, 2020 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 bis dahin tschau